jetzt habe ich was ganz feines für euch und zwar haben wir hier die cobra 6 bp silber richtig schöne teile könnte man echt denken das sind originale aber diese teile sind legal in f2 also normales silvesterfeuerwerk und haben ca 5,5 gramm schwarzpulver kt 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020